Was sagt ihr dazu? Vier Tage Entspannung und Erholung am Meer. Ich bin dabei. Wenn sie dabei ist, bin ich auch dabei. Ich hab auch nichts dagegen. Ich hab kein sehr gutes Gefühl bei dieser Sache. Sie dachten, ihre Ferien würden fröhlich und unbeschwert. Das war ein Irrtum. Ein tödlicher Irrtum. Er ist so eine Art Trophäenjäger. Heavy sagt sie immer, dass er alles gejagt hat, außer Menschen. Pam hat was gesehen. Hey. Ich komme, ich komme, jetzt zu dir. Ralph? Ralph? Sue? Die Schule war die Hölle. Die Ferien wurden zu einem Inferno des Morgens. The Mutilator. Die Schule war die Hölle. acyg